Und gleich ein erster Etappensieg für Frankreichs Präsident Macron. In der Stichwahl trifft der 44-Jährige in zwei Wochen auf seine rechte Herausforderin Le Pen, wie schon einmal vor fünf Jahren. Der Amtsinhaber kommt in der ersten Wahlrunde gestern auf 27,4 Prozent der Stimmen. Noch sei nichts entschieden, warnt Macron bei seiner Wahlparty. Seine Konkurrentin Le Pen liegt aktuell bei 24,3 Prozent. Der Linkspolitiker Mélenchon belegt mit 21,3 Prozent Platz 3. Er hat eine Wahlempfehlung inzwischen für Emmanuel Macron abgegeben. Umfragen sehen den Präsidenten im zweiten Wahlgang vor der Rechtspopulistin. Allerdings zeichnet sich ein enges Rennen ab. Am 24. April wählt Frankreich in einer Stichwahl dann erneut. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020